ähm oder ich weiß nicht leute ich brauche ein lipgloss mit farbe weil kommst du ich war nicht ich komme aus hamburg ich weiß tico ok ich benutze jetzt den gleichen lipgloss aber das ist von essens cinnamon spice das sieht jetzt bisschen komisch aus ok jetzt kommt mein kiko ich bin so schlecht an haremachen das hat mich eine halbe stunde gedauert ich kann ich kann eins machen vielleicht ich kann die aber auch privat schicken schreibt mir auf insta weil das ist nicht mal schön also man sieht von hinten meine klammer ich muss die eigentlich ab machen weil das sieht also ich kann dir gerne eins machen aber ich mache dann glaube ich nicht privat weil das ist so hässlich dankeschön ich küsse doch dein herz ich küsse doch dein herz alleine okay ihr müsst dann aber warten zwei sekunden warten ich hole jetzt kurz meine kette mein kett ich habe den frechen geheult ich hole den anderen so das ist der ruhige der schläft auch in meiner hand so muss einmal gemütlich machen er ist so ruhig meine katze hat die auf die welt gebracht das sind zwei stück guck mal wie ruhig der ist so süß ich will meinen lipgloss nicht auf den schmieren aber er ist mein nummer eins haben die namen noch nicht weil die eine gehört nicht mehr die gehört meiner freunde der ist halt ehrlich ruhig lass dich schlafen ja mache ich aber ich wollte nur kurz zeigen der schläft eigentlich in meiner hand was ist los leute ich habe angst dass ich verletze die haben keine krankheit okay ich tue den glaub ich auch zurück weil der wird doch nicht in meiner hand schlafen wie ist sie wartet du denn kurz hin nicht runter oh mein gott sie nimmt ihn sie schnappt ihn ey ey warte 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 bruder was macht sie sie ist zu dumm mein baby wegen den ohren das sind knickohren ja aber die haben kein also nicht also weil die auch gemischt sind meine katze hat knickohren und sie ist gemischt und der mann ist normal das heißt die sind der hat mir das hier gemacht oh mein baby die andere gehört mir ich behalt eine der zweite ist so süß männer halt männer sind so komisch spaß also das war wirklich spaß leute ich muss los zu fuß die andere gehört charlis dankeschön dir die leute ich komme später wieder live also wenn ihr meinen live sehen wollt ihr könnt mir gerne folgen ähm ähm aber ich gehe jetzt auf weil ich muss zu nikki und ich hoffe meine mutter wehrt mä ich kann nicht zu fuß das dauert viel zu lange ich muss mich von 99ern entfahren ähm ja ich komme ich komme später wieder ich komme später wieder ähm ich